UNTERTITELUNG Da würde sich der Computer abständig viel abgeben. Aber wenn ich das eingeben soll... ...200 kmh pro Stunde. Hoher Anstellwinkelpreis. Also hier sind jetzt die Computer gefordert, also den richtigen Anstellwinkel zu wählen, wenn das Flugzeug nicht zu überziehen. ...schneiden wir uns, dass die Ohren sind, also wer jetzt wieder ein Foto machen möchte, wenn ich schnelle Verschlusszeit will, jetzt geht's wieder runter. ...schneiden wir uns, dass die Ohren sind, also die Ohren sind, also die Ohren sind,